Ich kann nicht wie ein Schneider leben. Ich brauche das nun einmal, das Glitzern und Rauschen und Flimmern des Lebens um mich. Jetzt mehr denn je. Ich will noch nicht alt sein. Aber ist das nicht ein bisschen so, wie wenn einer die Sommerkleider nicht ablegen will, damit der Herbst nicht kommen soll? Am Ende kommt der Herbst aber doch. Und man friert nur desto mehr.